Den Text habe ich in der zweiten und dritten Version, wenn diese Hymne wiederkommt, leicht variiert. Das werden die sehen, die das dann genau lesen. Das ist zu Ende. Das heißt, ich habe jetzt noch gar nicht das entsprechende Bild dazu gemacht. Doch, das erste Tutti beginnt, es wird dirigiert. Ich will mich da so stehen, quasi mit einem weißen Hemd, dass man ganz von weiß, ich dachte vielleicht über weiße Handschuhe, dass man einfach optisch auf eine große Entfernung ganz klar sehen kann, was ich mache, ein bisschen größerer Stock, weißer Stock, dass ich gut zu erkennen bin. Für alle, die in dem ganzen Gelände sind, können wir davon ausgehen, das sind also von da bis da, von da bis da sind das vielleicht 200 Meter, das hätten wir gesagt, 170, 180, ich glaube, das sind 200 Meter etwa, diese Strecke. Und das hier waren 40, 50 Meter. Also es ist schon ein großes Gelände und es wäre schön, wenn wir tatsächlich zum Beispiel am Anfang alle so breit verteilt im Feld stehen, wenn das wirklich klappt.